Dieser Fall ist furchtbar. Und da gibt es Schädelbasis-Längspuff. Furchtbar attraktiv. Aber die kann ich da übernehmen. Ich meine, befragen. Dabei sollte man aber aufpassen. Holy moly. Bei so viel Schönheit. Würden Sie keine gefälligen Frauen? Ganz im Gegenteil. Nicht den Überblick zu verlieren. Machen Sie mal keine Sorgen. Das erledigen wir ganz unauffällig. Liebe macht blind. Der Tatort. Am Freitag im Ersten.